Trinkt schön einen auf deinen Geburtstag und vielleicht kannst du dir dieses Jahr die Kronen in eurem Tippspiel aufsetzen. Das würde ich auch gerne mal schaffen. In unserem Tippspiel bin ich meistens der Letzte. Irgendwie habe ich da nicht so ein Händchen, aber du wirst es sicherlich dieses Jahr schaffen, solange du nicht auf mich setzt. Denn mit mir hast du immer verloren. Also mach dir einen schönen Geburtstag. Grüße gehen raus auch an alle, die in eurer Tipprunde sind. Andrea, Björn, Manuel, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, lasst euch gut gehen. Und bis die Tage irgendwann mal.